Mit dem Zünd-Digital Cutter haben wir eine neue Technologie in die Stiftung Brände geholt. Mit den neuen Maschinen können wir viele unterschiedliche Materialien bearbeiten. Dazu gehören Holz, Stoff, Leder, Filz, Frottee oder auch Folie und Plexiglas. Mit der Firma Zünd haben wir einen professionellen Partner an der Seite, damit wir möglichst rasch Fortschritte erzielen können mit der neuen Technologie. Nach einer Einführung bedienen unsere Mitarbeitenden selbstständig die neue Maschine. Dabei steht die Sicherheit unserer Mitarbeitenden im Zentrum. Durch die Art und Weise, wie die Maschine aufgebaut ist, ist das jederzeit gegeben. Unterstützt werden unsere Mitarbeitenden durch den Operator. Sie treibt Verantwortung für die Maschine und die Programmierung. Mit dem Digital Cutter haben wir in der Stiftung Brände ein weiteres Bindeglied geschaffen zwischen moderner Technologie und Menschen mit psychischer Beiträchtigung. Es ist auch ein Bindeglied zwischen unseren Mitarbeitenden und dem ersten Arbeitsmarkt. Als Stiftung Brände verfolgen wir das Ziel, einen Teil von unseren Mitarbeitenden wieder im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Höfer Bindeglied in der Stiftung Brände Insensivität Wundercantage